Winfried Lipscher ist ein deutscher Theologe, Dolmetscher, Übersetzer und Publizist. Leben, Jugend und Ausbildung Winfried Lipscher ist Sohn der Eheleute Franz und Hildegard Lipscher. Er besuchte die polnische Allgemeinbildende Volksschule in Bad Szewo, dann arbeitete er als Angestellter bei der örtlichen Stadtverwaltung. Im Jahr 1957 siedelte die Familie im Rahmen der Familienzusammenführung in die Bundesrepublik Deutschland aus und kam zuerst im Lager Friedland an. Die Prüfung zum gerichtlich ermächtigten Übersetzer für die polnische Sprache legte er im Jahr 1962 in Düsseldorf ab. Dann besuchte das Gymnasium für Berufstätige und legte im Jahr 1964 die Abiturprüfung ab. In den Jahren 1964 bis 1971 studierte er Theologie unter Josef Ratzinger, Karl Rahner und Johann Baptist Metz an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Winfried Lipscher war im März 1968 einer der 160 katholischen Unterzeichner des Memorandums des Benzberger Kreises einer Denkschrift zur Frage des Verhältnisses zwischen Deutschland und Polen. Das Theologiestudium in Münster schloss er 1971 als Diepe, Theologe ab, Beruf und Ämter. In den Jahren 1971 bis 2003 war Winfried Lipscher als Dolmetscher und Übersetzer beim Auswärtigen Amt in Bonn angestellt und damit über vier Amtsperioden als Wortführer in der Deutschen Botschaft in Wasawa tätig. Er wirkte als Dolmetscher bei fast allen Verhandlungen und Gesprächen zwischen den Vertretern den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen. Im November 1977 war er als Dolmetscher bei der Begegnung des Kanzlers Helmut Schmidt mit dem polnischen Primas und Kardinal Stefan Wisczynski. Anwesend. In der Zeit von 1980 bis 1984 war Winfried Lipscher als Pressesprecher beim Deutschen Polen Institut unter Leitung des Kaltiditzius. In Darmstadt tätig Ehrungen. Ritter des Silvesterordens verliehen 2003 von Papst Johannes Paul II. Träger des Onfizierskreuzes des Verdienstordens der Republik Polens verliehen am 10. Juli 2003 von Präsident Alexander Kwasniewski. Arno Holzpreis überreicht vom polnisch-deutschen Kulturzentrum in Ketatschön. Ehrenmitglied der Stiftung Borussia in Olsten. Schriften. Kulturelle Zusammenarbeit Bundesrepublik Deutschland Volksrepublik Polen. Deutsches Polen Institut Darmstadt 1982. Jugendaustausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen. Ein Bericht. Deutsches Polen Institut Darmstadt 1985. Batschewo wie Europi. Zileoje Cicna CZ Lovica Just Neibeles CZ Lovic. Stiftung Borussia Olsten 2005. ISBN 83-89233-223. Mitwirkung. Mit Karl Dedetius, Katja Weintraub, Armin Dross, Wolfgang Gritsch, Janusz Korczak, Das Kindlieben. Ein Lesebuch von Erich Dautzenroth und Adolf Hampel. Surkamp, Frankfurt am Main 1984. ISBN 3-5180-4585-7. Mit Kazimierz Prakonjeki, Die Borussia. Land und Leute. Eine literarische Anthologie. Stiftung Borussia Olsten 1995. ISBN 83-9097241-7. Mit Kazimierz Prakonjeki. Meine Heimat Gesicht. Ostpreußen im Spiegel der Literatur mit Vorworten von Klaus Bettnaz, Andrzej Szczepiowski, Nikolaus Elat, Kazimir Rapunschien. F.A. Herbig, München 1996 ISBN 9783-776619485 mit Janusz Kalmar, Polen der ferne Nachbar. Umschau Buch Verlag, Frankfurt M. 1993 ISBN 9783-524-670492 mit Kazimierz Prakonjeki, Oleg Luschkin, Liki Rodnoy, Ziemli. Protswidenia Rossiskich, Niemierz Kitsch, Purzkich Iletevskitsch, Otterau. Herbig, Kaliningrad 1999. 99. Übersetzungen. Katholische Universität Lublin. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Lublin an Karl Dedetius am 14. Mai 1987. Friedbert Pflöger, Feinde werden Freunde. Von der Schwierigkeit der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Bouffier, Bonn 1993 ISBN 9783-416-024-792. Janusz Korczak, Senat der Verrückten. Haag und Herchen, Frankfurt M. 1985 ISBN 9783-8812-9893-3. Kazimierz Majdanski, Ihr werdet meine Zeugen sein. Punkt mit Vorwort von Kardinal Joachim Meisner. Buchversand, Maria Aktuell, Mitte Beberach 1995 ISBN 3-930-309-12-2. Kazimierz Prakoniecki, Atlantis des Nordens. Punkt. Stiftung Borussia Olsztyn 1998 ISBN 9788-3900-38056. Jacek Borkowicz, Polen und Juden. Gemeinsam unter einem Himmel. Wietz, Varsawa 2000. Johannes Paul II. Römisches Triptychon. Meditationen. Herder Verlag, Freiburg 2003 ISBN 9783-451282447. Arno Giese, der Kurier des Kardinals. Fundavya Semper Seilischa, Katowice 2005 ISBN 9788-3922-3340-4. Kazimierz Prakoniecki, ermländischer Buddha. Waminski Buddha. Stiftung Borussia Olsztyn 2007 ISBN 9788-8923-333-2. Wilhelm Hosenfeld, ich versuche jeden zu retten. Das Leben eines deutschen Offiziers in Briefen und Tagebüchern. Office eine Wüderfnitzer YTM, Varsawa 2007 ISBN 9788-373-992771. Paul Josef Cordes. Helfer fallen nicht vom Himmel. Caritas und Spiritualität. Wüderfnik Tujet Noskjelset 2009 ISBN 9788-37442-9474. Alfons Nossol. Glück in der Liebe Rückblick auf mein Leben. EOS Verlag, St. Ottilien 2010 ISBN 978-38306-74344. Anna Morawska, Dietrich Bonhoeffer. Ein Christ im Deutschen Reich, Aschendorf Verlag, Münster 2011 ISBN 978-3402-1293-1-9. Rüdiger von Fritsch, Die Sache mit Turm. Eine Flucht in Deutschland. Stempel Do Volnossi. USJETZ KZ NIEMJETZ DO NIEMJETZ. Office eine Wüderfnitzer Atut. Brocklo 2012. ISBN 9788-3743-28531. Alphons Nossol, Christoph Seisig, Freude an Versöhnung. Deutsch-Polnische Brückenschläge. EOS Verlag, St. Ottilien 2013 ISBN 978-38306-7640-9. Krune 2017. Wün toujours aufhören. Hallo, grünen wir aufhören.